Hallo ihr lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen. Warum lädt er so lange? Popöchen? Ähm, keine Ahnung warum er jetzt gerade so lange lädt. Wir machen mal eine kleine Pause. Oder andersrum, ich kann euch erstmal totzappeln, glaube ich, bis dahin. Und zwar, ja, warum kommen so viele wenige Folgen? Ist auch nicht schlecht. So viele wenige Folgen. Es wird in Zukunft so bleiben. Also es wird nicht mehr, da ich in Prüfungen stecke und dann natürlich auch mit Beruf dann durchstarten möchte. Ja, und deswegen. Und zusätzlich bin ich jetzt auch noch richtig krank geworden. So ist das eben halt manchmal. Na, mal gucken. Wir warten jetzt einfach mal, bis es zu Ende geladen hat. Ich weiß nicht, warum er jetzt gerade so abspackt. Ich verstehe es nicht. Ich habe das Spiel jetzt einfach mal neu gestartet. Mal gucken. Ähm, so. Lori liegt im Bett. Drogö hat das Hirnhaus verlassen. Wohin, weiß ich nicht. Peter sitzt wieder am Klavier und wir lauschen seinen wunderschönen Tönen. So. Los geht's. Ich bin noch nicht müde. Ich lausche der melochanischen Melodie, die durch die Wände dringt und nehme dann mein Handy. Ich scrolle meine Kontakte durch und entscheide mich schließlich für Sarah. Ich fühle mich nicht gut, weil ich ein bisschen zu aggressiv ihr gegenüber war. Nach zweimal Klingeln geht sie ran. Ach, wie schön. Wir entschuldigen uns hoffentlich bei ihr. Soll ich nochmal ganz kurz einen fetten Screenshot? Das müsst ihr mal sehen. So. Hallo, Sarah. Sahnetrüffelchen hier. Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Wow. Vielleicht vertragen wir uns ja. Ja, ich habe einfach gerade nichts zu tun. Und da dachte ich mir, ich rufe dich mal an, um zu reden. Achso. Du willst also mit mir reden? Ja. Ich seufze. Mir ist klar, dass ich nicht einfach so tun kann, als wäre nichts gewesen. Hör zu. Mir tut das so leid, was letztens war. Ich war nicht in meinem Normalzustand. Ich weiß, dass ich an dem Abend ziemlich Stuss geredet habe. Tut mir leid, dass ich so gemein war. Schweigen am anderen Ende der Leitung. Sarah grübelt offenbar gerade über meine Worte nach. Ja. Wie war dein Tag? Ich will ehrlich sein. Wie jeder Tag, an dem ich mich um Laurie kümmern muss. Hat sie dir wieder Sorgen bereitet? Sie hat immer einen leichtes, widerwärtigen Geschmack. Aber diesmal war es zumindest nicht so schlimm wie ihr sonst. Wie auch alle anderen der Familie, was? Bitte Sarah, können wir das einfach sein lassen? Ich strecke mich auf mein Bett aus und starre rauf zur Decke. Ich würde so gerne ein normales Gespräch unter Freundinnen führen, ohne dass wir uns jedes Mal meine Gastfamilie beleidigen müssen. Schon gut, schon gut. Nein, wohl keine extra Points. Sie zieht sich wieder einige Sekunden lang ins Schweigen zurück, bevor ich schließlich wieder was sage. Ich will jetzt mit dir nicht verscherzen, genau. Mit ihr nicht verscherzen. Ich nutze die Gelegenheit, um ihr aus der Patsche zu helfen. Warte mal. Um ihr aus der Patsche zu helfen. Komm, wir machen das. Es geht jetzt um Laurie oder es geht um Sarah? Ich rufe nicht an, damit wir uns gegenseitig böse sind. Ich hätte einfach nur Lust, mit dir zu reden. Ich weiß, tut mir leid. Hättest du Lust, bei mir vorbeizukommen? Jetzt sofort? Ja, jetzt. Außer, wenn du etwas Besseres zu tun hast. Ich nehme die Einladung sehr gerne an und freue mich riesig darüber. Ich lege auf und werfe mir schnell eine Jacke über. Als ich auf dem Flur entlang laufe, ruft mich eine Stimme zurück. Du gehst. Ja, ich gehe zu Sarah. Ihr müsst nicht auf mich warten. Er hebt die Augenbrauen und sieht gelangweilt aus. Ich bin nicht ganz so begeistert, dass du heute Abend noch Lust siehst. Er ist so süß. Warte, nicht genügend Energie? Am Arsch nicht genügend Energie. Ja, dann müssen wir eben halt erstmal Karten legen, um genügend Energie zu haben, um diese Geschichte weiter fortzusetzen zu können. So, weiter geht's dir. Kinder, Kinder. Er ist so süß. Genau, das machen wir so. Ich habe meine übersinnlichen Fähigkeiten, um einen möglichen Angreifer abzuwehren. Er sieht mich wenig überzeugt an. Ich renne gespinnt die Treppen herunter, bevor mir noch einer der anderen Brüder über den Weg läuft. Ich folge der Beschreibung, die Sarah mir per SMS geschickt hat und komme schließlich am Stadtrand an, wo sie wohnt. Ich finde ihr Haus und klingel. Ich bin's. Sie öffnet mir die Tür und wartet mit ausgebreitem Arm auf ihre Etage. Ich beeile mich ins Innere und bin ganz neugierig, wie sie wohl wohnen mag. Ihre Wohnung wächst sympathisch, ein bisschen weiblich und leicht gehoben. Ich fühle mich sofort wohl. Sie ist gemütlich und strahlt Wärme aus. Sarah hat sich an hübschen Flecken zu dem Leben geschaffen. Komm, setz dich. Willst du was trinken? Nein, danke. Okay, aber wir sind weitergekommen in der Story. Es wird wieder spannend, finde ich. Wir sind wieder unterwegs und ich hoffe mal, dass uns was passieren wird. Und dass Drogo vielleicht da irgendwie seine Finger mit dem Spiel haben wird. Wie das nun sein wird. Ob er uns retten wird, rausholen wird. Oder eben halt, ob er vielleicht damit was zu tun hat, uns Böses anzutun. Das glaube ich aber eher weniger. Kinderchen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich kann euch nicht versprechen, dass diese Woche was wird. Ich glaube eher weniger. Aber seid euch gewiss, nächste Woche ist wieder Zeit da. Denn da habe ich meine erste Prüfung nämlich hinter mich gebracht. Ich muss morgen die Prüfung abschließen, meine erste Prüfung. Das ist natürlich auch die wichtigste Prüfung. Ja, und ich hoffe, dass ich dann ein bisschen gesünder und fitter bin. Also ihr Kinderchen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. This is the fire spot, huh? Sound the alarm. Das ist die fire spot, huh? Das ist die fire spot. Das ist die fire spot.